Hey, wo bin ich denn hier rein? RAN! Auf Kabel Alt! Nein, Obsidian, Eisen und Rattlestone. Rottel Gun. Rottel Gun. Rottel Gun. Atlas. Eskalation! So, da sind wir wieder bei Feed the Beast und wir wollten ja über Feuerwehrmann Sam unser Mann reden. Und dazu geh ich jetzt mal ganz kurz. Ganz kurz. Ganz kurz. In der Hoffnung, dass es nicht zu viel Internet frisst. Internet kann gar nicht gefressen werden. Ähm, auf dahin und dahin und jetzt holt euch mal dieses geile Lied an. Es dürfte nicht GEMA gesperrt sein und da schauen wir mal. Bei der GEMA wer ist mein Name? Und ein Notruf an. Im Feuerwehrmann Sam ist unser Mann. Ganz egal, was auch passiert. Er bleibt ruhig und kontinuiert. Ja, die Oma... Die Oma ist ja Oma. Hallo. Hallo. Hallo Jonas Oma. Da ist jemand dich bedroht. Und Sam hilft dir in der Not. Wie geil ist das denn bitte hier? Mann, wie geil. Sing mal mit. Ich will das auch hören. Ist schon vorbei. Achso. Oh. Du kannst aber schön sein. Sam hilft dir in der Not. Und frisst dein ganzes Brot. Ach ne. Ist ja schlau, Philipp. Feuerwehrmann Sam Hab ein wenig Uran gefunden. Oh mein Gott. Nein! Nie, äh. Ich bin so schön verstrahlt. Ich bin so schön verstrahlt. Ich bin so schön verstrahlt. Den tauchen grad. Die Daumen waren. Ja, ich bin so schön verstrahlt. Ich bin so schön verstrahlt. Ich denk nicht mehr nach. Ich bin so schön verstrahlt. Klaus und Peter, arbeiten für die PETA. Weißt du, was Quarz-Fieber-Glas ist? War ne Epifa. Quarz, Quarz, Quarz! Quarz, Quarz, Quarz! Quarz, Quarz, Quarz! Zemp, hilf dir in der Not! Feuer, wenn man zählt! Jetzt wird's wieder lustig. Hä? Ne, das ist geil, wie lustig. Ich sag' ich mal, ob sie den hier oder wie sieht's aus? Na, die hab' ja schon hochgetan. So, 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 Feuer, wenn man zählt! Ein zählt hier! Wir haben ziemlich viel Bauxit, Philipp! Hm! Habt ihr denn je, er lügt bloß! Nein! Wir lügen nicht! Ah, die Standard, die Basics, die man bräuchte, haben wir nicht! Lüge, Lüge, das gibt ne Rübe! Ne Rüge heißt, das gibt ne Rüge! Gesundheit! Feuer, wenn man zählt! Feuer, wenn man zählt! Feuer, wenn man zählt! Feuer, wenn man zählt! Das ist dick! Wolltest du darauf nicht näher eingehen? Warum wir das jetzt machen? Habe ich doch gerade! Ich hab's doch gerade wunderschön vorgespielt, Paul! Ja, aber warum wir das sehen? Ach, Paul! Hat er uns schon wieder gemutet, oder was? Nein, ich weiße! Paul, du, Paul! Ja, ich weiß, wie ich heiße! Ne, jetzt war's heut! Haben wir uns halt alle gefreut! Ja, dann erzähl du mal weiter! Was soll ich weiter erzählen? Geschichte heute! Warum wollten wir ne Stunde eher Schluss hatten? Ich hatte ne Stunde eher Schluss! Achso, du hast mit der Frau Quante geredet! Oh! Ne, ich hatte ein Date! Achso! Mit dein Gitarnmeister! Ist das so dein Typ? Warum wir heute so zum Netto gehen konnten dann halt! Und zwar, weil ich mir einen Fuß gebrochen hab! Ja! Genau! Ja! Und zwar zweimal hintereinander! Das eine vorher... Ja, wir brauchen noch Obsidian! Oh, das dauert immer so lange! Wie viel brauchen wir denn? Ich hab ja vorhin gefragt, wie viel wir brauchen! Also, sagen wir mal... Mindestens... Also, wir brauchen ein Portal! Und dann brauchen wir das später noch für die... Äh... Longfall Boots brauchen wir das später noch! Also, es wär schon gut, wenn wir so 15 hätten vielleicht! Und für den Zaubertisch ja auch noch und so! Also, 15 wäre schon nicht schlecht! Geh da weiter mal Kühe holen! Ah ne, kann ich ehrlich! Hahaha! Feuerwehrmann Sam! Hm... Das reicht's aber... Zauber! Ach! Tode! Bitte! Tode! 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 ist unser mann sieben diamant 7 diamant hin das ging um tim und schau immer so schön recht das wusste ich noch gar nicht und jetzt in der klasse hast du mich gerade so genannt man nennt mich Barzenschwein das ist von timo und Pumba nein das ist von Timo und Pumba nein das ist von Timo und Pumba das hat Pumba gesagt warzenschwein ach so hier drüben ist auch noch Obsidian also fünf machen wir noch alle wollen Schweine sein oi oh Gott Schnellfühle Schnellfühle ich bin wieder gemutet hier echt ich könnte kotzen Mann ey geht doch nie war zwar schon gemutet ein paar mal aber ist egal äh 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 hat er die Mining Turtle mitgenommen? keine Ahnung ich hab nichts mit meinen Geschichten am Hut so ich musste mich mal ganz kurz abniesen das ist doch witzig gar nichts deswegen lacht er ja aha das ist logisch Paul du jetzt like it's cool Paul like it's cool und ich geh die Leiter nach oben ich geh die Leiter nach oben ich geh die Leiter nach oben hier woanders magleitern hey so ist das schneller als ich ihr dürft nicht schneller sein ihr komischen Herze seid gemein du saur so wir brauchen jetzt erstmal ein Portal Portal komm wir spielen Portal das können wir später auch noch machen gibt es ja ein Portal Gun Ist wirklich so Ich weiß, genau die wollte ich mir ja machen Philipp, wir bauen dann ganz viele Sentries So, wo machen wir unser Portal hin, Jonas? Also brauchen wir aber Diamanten, oder? Beziehungsweise, wo machen wir später unser Haus hin? Hier oben auf den Bergtruf? Komm mal raus Wenn du wieder kannst Warte Hey, wo bin ich denn hier rein? Run auf Kabel 1 Nein, Obsidian, Eisen und Redstone Portal Gun Portal Gun, die Frau, Portal Gun, anders Hellblauer Farbstoff und Portal Gun Du bist genau über mir Geil Ein mini-schwarzes Loch Zwei Obsidian Fünf Eisenbahnen, einen Diamanten Mach mal ne schwarze Loch Ach, braucht man bloß nen Nether-Stern dafür, ist er einfach Toll Nether-Sterne kann man übrigens mit nem Nether-Stern craften, sehr gut Toll Warte kurz, ich muss mal ganz kurz noch nen Tree-Tab machen Piu 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 Also müssen wir doch dazu in Nether Ja Aber wir müssen vieles in Nether, wir brauchen auf jeden Fall ganz viel Glowstone, das Soll ich gleich mitkommen? Müsst du vielleicht mal ne Rüstung machen oder sowas? Da würd du nie gleich verreckst Nee Nee, wir müssen erstmal Äh, warte mal Machst du mal n 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 asked Also n n feuerzeug hier ist eine ahnung wo wir unser haus drauf bau ich auch nicht was ist mir egal ich habe gerade was anderes gemacht ja es ist mir dann auch aufgefallen deswegen habe ich dann unterbrecht ich habe es unterbrecht also noch so ein minimum schärfisch ist really perfekt dieser kredi release er und mutet sich zwei peinlich was er gesagt hat er muss seine nasen alle wollen ich bin der könig der welt die 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 gibt es rauber raubert schließend auch mal abbauen und nix traktor tun übrigens das rauber damit kann man facken machen das ganze wie kohle vertreten ist das hier auch normaler das hast du ein fritter dabei ich hab dir nämlich nie was guck hier da ist noch in robert wie für kreativ hier ja ja ich kann die anderen abbauen du kannst erst mal dieses brauche hier raus holen als sowieso weg den joden bau ich sowieso aber hier ist nichts dran wir hatten aber noch so dieses dieses rober holz nach da ich hatte schon welche abgebaut von dir ja das kann alles in den extractor rein den wir hinten haben da wird da wird dann rubber draht also dieses dings das schwarze da das schwarze da auch scheiße da gefallen hier oben bauen wir unser haus drauf okay aus marble das ist ja ja miss marple heißt die oder miss marple die ist ich glaube nicht verheiratet ne die heißt miss ja wahrscheinlich kann die hat ja die heißt die heißt mister ist das hier oben drauf wir müssen ja wie oft müssen wir es noch sagen der europäische europäische hause gegangen der europäische haus weil ich war das muss man hat ganz schön gebraucht bis es morgen hat ganz schön vor der halle feste das ist nicht so gut die Feuerwehrmanns zählen nun er hat ja Prozent 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 Wo bist du jetzt, Jonas? Ich bin in den Fichtenwald gegangen, da. Fichten wirst du sichten. Nee, Fichten musst du... Fichten, Eichen musst du weichen. Zwischen Wichten und Gesichten. Und Dichten, Leuten wie Goethe. Mit verschiedenen Bevölkerungsschichten. Das lässt sich einrichten. Doch vorher werde ich dich vernichten. Paul, du darfst dazu nichts beipflichten. Mitnichten? Das ist das, woran wir uns erpichten. Äh, worauf, oder? Worauf ist man erpicht? So ist das, ne? Nee, ja. Ich bin erpicht darauf. Philipp, hast du Lava unten? Darauf möchte ich einfach nicht verzichten. Darauf unten ist Lava. Schön. Ich brauch Lava. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir unser Cocktail mischen. Na gut, unechter Reib, aber... Musst du dir holen, Paul. Komm, wir sterben. Achso, du wirst das Haus jetzt bauen? Hast du Kobbels für den? Naja, zumindest schon mal Ansätze. Ähm, ja. Ja, damit wir schon mal unser Portal platzieren können irgendwo. Ach, das soll ins Haus rein? Das ist ja voll nervig. Was soll ich denn die hin tun? Nein, das tut man nicht ins Haus rein, aber das soll in der Nähe natürlich sein. Ich würde sagen, wir bauen das so aus, ähm, dunklem Holz. Welches das auch immer ist. Alter, geil, ein Steck-Eis. Also, was ist ins dunkelste Holz? Ich glaub, dass... Fisch. Ähm... Ja, Fisch, ne? Fisch, ne? Ja gut, daraus und dann noch aus Birkenholz haben wir einen krassen Kontrast. Kreisen Kontrast, Junge. Junge. Je. 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 Wundermann. Wundermann. Je. Je. Mach mal hier die Treppe, so eine Treppe hin, damit man besser hoch kann. Und damit verabschieden jetzt erst mal bis morgen um 18 Uhr. So an die Säden. Ja, es geht mit der Öztürt. Tschüss. Tschüss. Hi. Tschüss.